Eine Zahl, 25? Ja, 03. Es geht los! Wie lange war jetzt so? Die war jetzt über Nacht. Ja, hier wirst du dreckig, ne? Ich hab mir erst mal meinen Arbeitskittel gezogen. Hier kommt nachher der Boden drauf. Ja. Und der Boden ist gewölbt. Das hab ich im Grunde genommen jetzt schon angerissen. Ja, es wird bei sowas schon mal was kaputt gegangen. Ne? Haben wir ja schon öfter was kaputt gegangen. Aber vielleicht ist das ja jetzt Premiere. Du auch mal. Das machst du gut. Ne, geht schon. Also es ist schwer, sich auf den Traum zu hauen. Ach, das schaff ich. Das schaff ich viel schneller als so. Ich kann das voll gut. Nimmst du den anderen, der ist doch schon geschützt. Jetzt macht er weiter mal ein bisschen Boxtraining. Ja. Also das Ding ist heiß. Dann machst du das Holz nass. Aha. Und dann hältst du das dagegen. Und dann kannst du das in jede Form bringen, die du haben willst. Und dann bleibt es auch so voll. Okay, und was sind das jetzt für Klötze, die du hier reinkommst? Ja. Also hier ist nachher die Achse durch. Ja. Und deswegen braucht die damit dick oder was? Deswegen ist die da ein bisschen dicker. Ach so. Und deswegen ist das aus Aorn. Das ist nachher auch das Holz. Mhm. Das ist das Holz, was nachher den Klang macht. Das hörst du auch schon. Das hat Resonanz. Krass. Ja. Was ist das für ein Holz? Fichte. Also Fichte ist eigentlich Klangholz. Aus dem macht man eigentlich so die Decken. Das sind die Gründen, die sehen so aus. Und das ist auch Fichte? Nee, das ist Aorn wieder. Klingt doch nicht so schön. Also wenn du das mal so in zwei Finger nimmst. Das kriegt Papp, Papp, Papp. Ja. Aber das ist mal den richtigen Ton. Ja. Dann kriegt man ja leider einen Ton. Das ist ja super. Gucken wir mal. Oh. Okay. Guck. Die ist so gebaut, dass du das Rad immer ausbauen kannst. Der erste Ton. Cool! Die ist so gebaut, dass du das Rad immer ausbauen kannst. Die ist so gebaut, dass du das Rad immer ausbauen kannst. Die ist so gebaut, dass du das Rad immer ausbauen kannst. Die ist so gebaut, dass du das Rad immer ausbauen kannst.